Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute geht es weiter mit Spongebob, mein Bikini-Button, eine App von Nickelodeon und das ist unser Bikini-Button, Leute. So, wir haben hier schon ein bisschen was auf... Nein, das hier. So, sammeln mal ein bisschen... Nein, Judy, nicht du. So, okay, hier ist ein Krabbenburger. Ein paar Sterne. Und noch ein Krabbenburger, glaube ich. Nicht... Oder wir hatten noch einen Krabbenburger gerade. Na gut, ja genau. Wunsch erfüllen. So, hier ein Krabbenburger für dich. Dann gibt es auch ein Geschenk hier für uns. Wollt ihr nicht noch irgendjemand einen Krabbenburger? Was willst du denn? Salat. Okay, wer will denn Salat? Da. Wir müssen Salat anbauen, machen wir am besten dreimal. Kann ja nicht schaden. So, was fehlt denn noch? Bauer ein Polizeipräsidium. Ja, wie bauen wir denn ein Polizeipräsidium? Leute, habt ihr den ersten Teil schon gesehen? Schreibt es doch in die Kommentare. So, wo ist denn das Polizeipräsidium, Mensch? Ah, da. Das Polizeipräsidium. Kommt da hinten hin. So, da warten wir jetzt einfach mal noch ein bisschen. Hier muss viel eingesammelt werden. Wir müssen hier Wünsche erfüllen, Leute. Da möchte auch schon jemand einen Krabbenburger. Aber brauchen wir erstmal auch noch Zwiebeln. So, die bauen wir am besten auch mal an. Jetzt die Zwiebeln an. Wir haben Salat. Hier wird das Polizeipräsidium gebaut. Salat müssen wir aber schon fertig haben. So, eine Sechsalate. So. Salat. Es fehlen, glaube ich, auch noch Tomaten, ne? Na, komm, machen wir das mal ein bisschen schnader hier. Leute, zockt ihr Sponchropp, mein Bikini-Button? Schreibt es doch in die Kommentare. Das ist jetzt ein Salat. Zu viel, glaube ich. So. Noch sowas. Wir können gleichzeitig ein paar Burger noch zubereiten. Zähle-Geld los. Was können wir denn hier in der Backerei machen? Brötchen müssen wir backen, selbstverständlich. Machen wir doch davon ein paar. Und was ist denn, wenn wir hier das Grundstück kaufen wollen? Oh, das kostet ein bisschen. Das dauert also noch bei Spongebob. Anandershaus. Miete einsammeln. Ja. Auch Spongebob muss hier Miete zahlen. Hö. Ist ja unsere Bikini-Watte. So, Burger sind fertig. Tomaten auch. Was hat denn der Koffe hier? Ah, nee. Okay, so. Wo brauchen wir denn? Haben wir hier... Ach, hier ist der Salat. Ach, Mann. Nee. Wir breiten die mal schnell vor. So, jetzt haben wir hier die Salate in der Krossen Krabbe. Damit können wir hier unsere Kunden zufriedenstellen. Ja, wir sind Level 5. Es geht aufwärts. Der Bikini-Button. Hey, mein bester Freund ist da. Was fühlt sich nach Bikini-Button, Patrick? Ja, Patrick ist da. Ja. Ich suche schon den ganzen Tag mein Hausbautor. Ich glaube, jemand hat es mir weggenommen. Hm, vielleicht können wir dir ein neues Haus bauen. Hier müssten noch irgendwo ein paar Steine rumliegen. So, bauen wir Patrick ein Haus. Ja, einen Moment. Alles nach der Reihe. So, erstmal. Aber wir brauchen noch ein bisschen. So, es passiert richtig viel. So. Ein Salat für dich. Dankeschön. Ich wollte dir eigentlich einen Salat geben. So, wie sieht es denn hier aus? Hm? Warum geht das denn nicht? 5 Stunden. Nee, das brauchen wir jetzt. Da möchte jemand Krabbenburger. Ja, kommt gleich. Erstmal müssen noch die Salate gemacht werden. So, hier am besten auch noch. Ein bisschen Salat und Tomaten anbauen. Das geht doch immer. Was können wir hier? Mieter einsam im Allgemeinen nicht. Was ist denn Spongebob eigentlich? Weiter vorne. Da möchte jemand auch Krabbenburger. So, das war jetzt Salat. Ich glaube, Mr. Krabs wollte ich noch einen Salat. So. So. Schön. Brötchen müssen hier auch jetzt fertig sein. Oder Pappen. Einfach noch. Noch Ketchup. Ja. Mr. Krabs möchte noch mehr billig essen in der Krossenkrabbe verkaufen. Was wir wohl in der Bäckerei bekommen könnten? Meine Leckereien lassen seine Geschmacksnäffen explodieren. Achtung, fertig. Toast. Okay, dann gibt es mal Toast hier jetzt. Dreimal. Ketchup noch. Okay. Das heißt, Krabbenburger. Das müssen wir jetzt auch herstellen können. Ein bisschen hier von einsammeln. Wir müssen hier mächtig viel immer machen. Keine Krabbenburger. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen ins Geduld. Nein. So, ein Krabbenburger für den Herrn Polizisten. Wunsch erfüllt. Und es gibt einen Krabbenburger für dich. So. Oh, wie sieht es ja mit Patricks Haus aus. 800 brauchen wir noch. Oh, das dauert auch noch ein bisschen. Ein bisschen hier. Nee, da kann man nichts öffnen. Ja, machen wir mal Ketchup. So, es fehlen wieder mal Tomate. Nehmen wir mal ein paar Tomaten. Nee, es fehlt auch Burger. Ein bisschen Burger hier noch zubereiten. Dann gibt es hier wieder Toast, Toast, Toast. So, Leute. Wir haben zwei Toast hergestellt. Toast? Wir können unserem Kunden auch kein Toast servieren. Sie erwarten exquisite Burgers von Spock. Aber die würden uns kaum was kosten. Ah, Toast für alle. Selbstverständlich, Mr. Krabs. Zieh dir den Toast auf, Mr. Krabs. Mach ich doch. Mach ich doch. Na, das fragt doch alle. Sieht, es ist mächtig was los in Bikini-Butte. Oh. Tipp mir mal auf die Schatz. Oh, was haben wir denn mal kommen? Eine Karte. Croutons sind jetzt freigeschaltet. Sehr gut. Ja, gut, gut, gut. Bonus holen. Sehr gut. So. Spongebob. Diese Leute warten auf ihr Essen und ich warte auf ihr Geld. So. Wir müssen unsere Produktion erweitern. Wir müssen sie kümmern, meine ich. Ich nehme ihr Geld und werde sie wieder los. Nein, nicht du. Dave. Dave wollte einen Salat. Den kriegt er jetzt auch. Leute, es geht weiter hier bei Spongebob, mein Bikini-Button. Eine tolle App, wie ich finde. Denn hier können wir Bikini-Button ausbauen. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es doch in die Kommentare. Jetzt nervt das aber so ein bisschen. Ah, hier können wir auch so ein bisschen rein. Wird schon besser. Ja, das ist Spongebob und Mr. Krabs. Leute, was sagt ihr zur App? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gerne gefällt, Daumen hoch, Leute. Gar kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da. Hier für Spiel mit mir, Apps und Games. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.